Der Boost-Kanal Und heute mit was nicht sehr sehr alten, aber schon mit was älteren Und zwar, wie ihr sehen könnt, habe ich hier vor mir zwei Kid Icarus Booster Ich habe schon ein paar Booster von der Serie geöffnet Ist aber schon eine Weile her Ich verlinke euch als Empfehlung mal eins davon Könnt ihr auch gerne in meinen Videos suchen, gebt einfach Kid Icarus ein, da kommen die Videos Sind von Panini sechs Karten pro Booster Und was mir leider immer noch verwehrt geblieben ist Ist die zwei Diamond Karten Sind auch ultra schwer zu bekommen, wie ihr sehen könnt 67 Packungen oder 1600 Also sie sind richtig krass Goldene hatte ich, silberne hatte ich Base natürlich, klar Nur die zwei Diamonds sind mir verwehrt geblieben Wer weiß, vielleicht ändert sich's heute Was ich aber nicht glaube Weil die Hoffnung stirbt zuletzt Und ja, fange ich mal mit dem ersten Booster an Dann habe ich einmal Captain Flare Das ist schon die Rare Habe ich ja mal richtig geil aufgemacht Ist auf jeden Fall Mr. Silberflügel Ja, es gibt fast 100 Stück davon Also Oh, und das vielleicht noch eine Rare Wollen wir mal sehen, was uns erwartet Ich zeige euch mal die Karten Ist auf jeden Fall die Rare Weiß gar nicht, warum ich die angefangen habe Zu öffnen und zu sammeln Ich weiß nicht Ich glaube, weil die so gut aussehen Und was haben wir hier jetzt noch? Oh, okay War wohl Nichts besonderes Okay, also ein Silberflügel schon mal drin Kommen wir zum zweiten So, ist diesmal richtig Das wird wahrscheinlich die Rare sein Ich hoffe mal, die letzte Karte Und ja Also gespielt habe ich dieses Spiel selber noch nicht Ich kenne auch kaum jemanden Der diese Karten sammelt und spielt Und das ist die Rare Diamond Natürlich nicht Nochmal ein Silberflügel Zweimal Silberflügel Das war ein Video Ups, der Zettel nicht Einmal ein Video zu den Kids Icarus Booster Ich glaube, das war auch das letzte Ich habe, glaube, eh nur noch Wenige Booster davon Die behalte ich original verpackt Als, keine Ahnung Rare Booster Was auch immer Ich weiß auch gar nicht mehr, ob es die noch zu kaufen gibt Und ja Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag Bis zum nächsten Video Euer Buskanal